Gestern noch geltende Gewissheiten scheinen in dem Maße zu verschwinden, wie sich Viren vermehren oder Katastrophen zunehmen. Die komplexen Verschränkungen unterschiedlicher Krisen, Klimakatastrophe, Ressourcenprobleme, Finanzkrise und natürlich der Krieg in der Ukraine, all das erschwert unser Leben auf eine Weise und vor allen Dingen in einer Geschwindigkeit, die es in der bisherigen Menschheitsgeschichte nie zuvor gab. Gleichzeitig wächst der Zeitdruck, all diese Probleme gut und möglichst schnell zu lösen, obwohl traditionelle Gewissheiten immer löchriger werden. Etwa die, dass enge Handlungsbeziehungen einen idealen politischen und militärischen Schutz darstellen. Kein Wunder also, dass die Skepsis wächst. Vielen geht es im gegenwärtigen Leben, so wie Nichtfachleuten im Umgang mit Wissenschaften oder Philosophie. Inmitten dieser komplexen Zusammenhänge sieht man vor lauter Details, Argumenten und Gegenargumenten nicht einmal den Zipfel des Waldes, in dem man sich gerade befindet, obwohl man mittendrin ist und zwar tief drin steckt. Was dann hilft, das war jedenfalls der Ratschlag des Philosophen Ludwig Wittgenstein, ist zu versuchen, sich Übersicht zu verschaffen. Und genau das ist mein Anliegen heute, euch durch die Geschichte hindurch einen roten Faden in Sachen Ungewissheit und Suche nach Gewissheit sichtbar zu machen. Mein Thema ist daher die Frage nach den Grenzen des Skeptizismus und nach dem, was überhaupt gewiss ist oder gewiss sein kann. Gibt es so etwas wie ein sicheres Fundament der Erkenntnis, das durch keine Krise, und davon haben wir ja derzeit wirklich reichlich, erschüttert werden kann? Ich will dabei eine Linie ziehen von Descartes über Juhm und Ludwig Wittgenstein bis in die Gegenwart. Und das Buch dazu, das findet ihr hier unten. Nachdem der Philosoph Ludwig Wittgenstein meine Videos zu ihm findet ihr hier im I, 1918 mit seinem berühmten Traktatus Logico-Philosophicus und dem Versuch, eine Erklärung zu finden, warum die Sprache die Wirklichkeit einfangen kann, gescheitert war, entwickelte er eine neue, zweite und in vielen andere Philosophie. Es ging ihm darum, sicheres Wissen von bloßen Gewissheiten oder Meinungen zu unterscheiden. Würde die Welt nicht besser und klarer werden, wenn es einem gelänge, Wissen klar und eindeutig zu markieren? Bei seinem zweiten Versuch war es nicht mehr die logische Abbildtheorie oder die logische Form, die die Wirklichkeit und die Sprache miteinander verbannt, um Klarheit zu verschaffen. Diesmal entdeckte er die Einbettung der Sprache und damit die Formulierung von Wissen und Gewissheiten in unserer Lebenswelt oder Lebensform. Wer spricht, fand Wittgenstein heraus, der handelt auch. Sprechende Personen benutzen und gebrauchen Worte so ähnlich wie Werkzeuge. Und wer auf diese Weise mit Sprache arbeitet, hat mit ihr bereits ein ganzes Netz von Argumenten, von Voraussetzungen, Haltungen und Einstellungen erlernt und übernommen. Es gibt aber noch eine dritte, eher unbekanntere Phase in Wittgensteins Philosophie. 1951, in den letzten Monaten seines Lebens, arbeitete er bis zwei Tage vor seinem Tod an seinem letzten Werk, Titel Über Gewissheit. Wenn ihr nur ein philosophisches Werk im Halbjahr lest, was ich euch empfehlen würde, dann schreibt als nächstes dieses Buch über Gewissheit auf eure Leseliste. Wittgenstein bezog sich in seiner Frage nach dem, was gewiss ist, auf eine lange Tradition von Denkern, Denkerinnen und ihren Argumenten. Vor allem der Philosoph René Descartes, zu dem ihr mein Video hier findet, Cogito Ergosum, hatte versucht, ein unerschütterliches Fundament jeder Erkenntnis zu finden. Obwohl Descartes die Mathematik als Mathematiker, der er selber war, sehr schätzte, weil sie unbestreitbare Begründungen und Argumente liefern kann, verstand er sie nicht als die sichere Grundlage für unsere Erkenntnis der Wirklichkeit insgesamt. Was er suchte, war ein Fundament, das zugleich irgendwie lebendig war, aber auch gegenüber der Theologie seiner Zeit Bestand haben konnte. Sein Ziel war es, eine vernünftige Metaphysik zu erarbeiten und zu begründen, die mit dem religiösen Glauben irgendwie vereinbar war. Bekanntlich war es für Descartes das unerschütterliche und für ihn unbezweifelbare Cogito, also die Erfahrung des denkenden Ichs, ich denke, dass eine solche Grundlage schaffen sollte. Die Wirklichkeit sollte, wenn überhaupt, vom denkenden Ich her gedacht und angegangen werden. Man müsse nur bestimmte Regeln und des Verstandes richtig anwenden, um zu einer zweifelsfreien Erkenntnis zu gelangen und die bohrende, radikale Skepsis an allen zu vertreiben. Als unbezweifelbarer, sicherer Ankerpunkt dieser Erkenntnis diente ihm, wie gesagt, das Ich, das als denkende Entität, nicht von den Illusionen des Körpers betroffen war. Leider hatte sein dringlicher Wunsch, eine absolut sichere Erkenntnis zu finden, den Nachteil, dass er Körper und Geist auf eine aus heutiger Perspektive übertrieben wirkende Weise voneinander trennen musste. Und es war Elisabeth von der Pfalz, die ihn dazu brachte, diese strikte Trennung nochmal zu überdenken. Descartes begann dann mit ihr einen Briefwechsel, der bis kurz vor seinem Tod andauerte. Und das Ergebnis dieser Auseinandersetzung war sein letztes Werk, die Passion der Seele. Als Passion bezeichnet Descartes alle Leidenschaften und Affekte einschließlich von Tugenden und Haltungen. Es sei möglich, so Descartes, im Laufe der Zeit zu lernen, natürlich mithilfe der Vernunft, unser emotional verankertes Weltbild richtig einzuschätzen und unsere Emotionen zu steuern. Im Grunde sei das für jeden möglich. Entscheidend sei nur, einen festen und beständigen Willen zu entwickeln, um das als richtig Erkannte dann auch in Handeln umzusetzen. Emotionen sind zwar primär körperlich verankert, werden aber durch Gedanken und von unserem Körper unabhängigen Geist gesteuert. Eine These, die aus heutiger Perspektive natürlich unhaltbar wäre. Descartes argumentierte damals, dass eine achtsame und selbstbestimmte Lebensführung, die sich an einer immer wieder zu überprüfenden Moral orientiert, allmählich zu einer immer besseren Beurteilung guter oder schlechter Handlungen führt. Und diese gefestigte, durchaus auch emotionale Ausrichtung des Lebens gewährt Handlungssicherheit. Anders der Philosoph David Hume. Auch zu seiner Philosophie habe ich ja bereits ein Video gemacht. Am besten den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, denn passiert auch nichts. Hume schien es, als sei mit den fortschreitenden Naturwissenschaften und den Methoden der empirischen Analyse nicht nur der Körper des Menschen, immer weiter zergliedert, sondern auch sein Geist buchstäblich zerlegt worden. Was übrig blieb, nämlich die verschiedenen Inhalte des Geistes, bezeichnete Hume als Perzeptionen. Was davon vernünftig ist, so Hume, stellt sich allein aufgrund von Erfahrung oder Gewohnheit heraus. Einen anderen Weg der Überprüfung gibt es nicht. Selbst das hochheilige, scheinbar immer geltende Konzept der Kausalität war für Hume nichts anderes als eine gewohnheitsmäßige, also durch Gewohnheit entstandene Verknüpfung unserer Vorstellungen von Ursache und Wirkung. Aus exakt diesem Grund konnte es ihm zufolge auch kein sicheres Wissen geben, weder über den zukünftigen Verlauf der Welt noch rückwärtsgewandt über die allererste Ursache. Ich habe bereits gezeigt, schrieb Hume, dass der Verstand, wenn er für sich allein und nach seinen allgemeinen Prinzipien tätig ist, sich gegen sich selbst wendet und jede Gewissheit zerstört in der Philosophie wie im gewöhnlichen Leben. Zitat Ende. Mit anderen Worten, unser Verstand reicht nicht aus, um eine sichere Grundlage der Erkenntnis und des Lebens zu finden. Jedes neue Nachdenken führt nur zu neuer Skepsis, neuen Befürchtungen und unvermeidbaren Absurditäten, nicht nur in Bezug auf die Schlüsse, die man zieht. Es hilft dann auch nicht, wenn sich auch noch Gefühle und Leidenschaften mit diesen leer laufenden Rädern des Verstandes verbinden. Alles, was dann bleibt, und ich halte das für einen enorm modernen Gedanken, den Hume da hatte, ist die Beobachtung eines reißenden Flusses der Wahrnehmungen und Ereignisse. Der Psychologe William James sprach Jahrhunderte danach vom Stream of Consciousness, also vom Strom des Bewusstseins. Am Ende ist es nur dieser veränderliche Fluss der Ereignisse und unserer Wahrnehmung, an dem wir uns als Maßstab überhaupt orientieren können, und zwar in der Theorie wie in der Praxis. Wie aber lässt sich, wenn alles veränderlich ist, überhaupt Gewissheit finden? Und genau das war die Frage, die auch Ludwig Wittgenstein in den letzten Monaten seines Lebens umtrieb. Seine Analyse sollte ergeben, dass die Sicherheit weder allein in der Logik noch in irgendwelchen Gefühlen, gleich ob religiös oder nicht, zu finden sei, sondern allein in der Verankerung unseres Lebens in der Praxis. Sie bildet das Fundament unseres Handelns und unserer Gewissheiten. Der Philosoph Finn Ole Engler spricht in seinem Buch Unsichere Gewissheiten daher von einer neuartigen Position, die nicht epistemisch ist, also auf ausgetüftelten Erkenntnismethoden und logischer Akrobatik beruht. Was Wittgenstein vorschlägt, ist in gewisser Weise eine Art von eingeübtem Fundamentalismus. Sein Argument ist, dass wir schlicht und einfach im Laufe unseres Lebens lernen, in einer von uns allen geteilten gemeinsamen Lebensform Fuß zu fassen, mitsamt ihren ganzen Sprachspielen und Argumentationen und Regeln. Mit ihrer Hilfe rechtfertigen wir dann unser Handeln und sichern auch unser Wissen ab. Zwar ist es richtig, so Wittgenstein, dass das Wahre immer auch das ist, was sich begründen lässt, wie sonst könnten wir wissen, ob es tatsächlich wahr ist. Doch der Grund selbst, vor oder auf dem wir diese Begründungen liefern, ist selbst weder wahr noch falsch. Er steht in gewisser Weise außerhalb des Begründungszusammenhangs und ist die Angel, an der unsere Tür der Erkenntnis aufgehängt ist und um die sich die ganze Tür dreht. Der Hintergrund, vor dem sich unser Argumentieren und Entscheiden abspielt, unterliegt selbst keinem begründbaren Zweifel mehr. Insofern kommt jeder Zweifel notwendig an ein Ende, wie Wittgenstein mehrfach betonte. Doch nicht auf die Art und Weise, wie sich Descartes diese sichere Erkenntnis vorstellte. Der Zweifel kommt nämlich an ein Ende, weil am Grunde unseres Zweifels und aller Skepsis immer ein Handeln liegt. Eine uns allen gemeinsame, eingeübte Praxis, die jeder und jede Einzelne wie selbstverständlich aufnimmt und als den gemeinsamen Hintergrund des Lebens akzeptiert. Richtig ist allerdings natürlich, dass dieser Hintergrund kritisch erforscht werden und sich verändert, verändern und umgeschrieben werden kann. Doch das ändert nichts an der Tatsache, dass es einen solchen Hintergrund eben als Grundlage unseres gesamten Handelns und Argumentierens und so weiter gibt. Während Wissen mit dem Geben und Nehmen von Gründen zu tun hat, gibt es Überzeugungen oder Gewissheiten, die keinen weiteren Zweifel oder Irrtum zulassen. Solche Gewissheiten sind keine objektiven Gewissheiten, aber sie bilden das Fundament unseres Weltbildes. Wenn das erschüttert wird, wackelt alles, einschließlich unserer angeblich so stabilen Begründungen, Argumente und Fakten. Am Grunde unseres Zweifels liegen Überzeugungen, denen wir vertrauen und mit denen wir vertraut sind. Wir können sie zwar nicht bis in alle Einzelheiten begründen, anerkennen sie aber als Element einer von vielen Menschen geteilten Lebensform. Damit gleicht die Gewissheit einer Art von fliegendem Teppich. Wir finden es beruhigend, tatsächlich von A nach B zu kommen, ohne abzustürzen. Die Gewissheit trägt uns. Und doch hat sie kein Fundament, keinen festen Boden, sondern besteht aus einem Gewebe von Überzeugungen, Argumenten, Regeln und Sätzen, die uns als Gesamtpaket fliegender Teppich Festigkeit suggerieren. Was uns hält, ist ein nicht weiter begründbares, häufig fadenscheinig gewordenes Gewebe von Handlungen und Überzeugungen. Und diese Überzeugungen sind alles andere als sicher, denn sie können sich ja im Laufe der Zeit verändern. Wittgenstein begegnet also dieser universellen, scheinbar alles erfassenden und zermalenden und alle Gewissheiten zerstörenden Skepsis und dem Relativismus der Moderne auf eine ebenso geistreiche wie abgebrühte Weise, wie Engler bemerkt. Ein Zitat aus Wittgensteins Übergewissheit, stellvertretend, zeigt ziemlich gut, was Engler da meint. In dem Zitat von Wittgenstein heißt es, Wenn einer glaubt, vor wenigen Tagen von Amerika nach England geflogen zu sein, so glaube ich, dass er sich darin nicht irren kann. Ebenso wenn einer sagt, er sitze jetzt am Tisch und schreibe. Aber wenn ich mich auch in solchen Fällen nicht irren kann, ist es nicht möglich, dass ich zum Beispiel in Narkose bin? Wenn ich es bin und wenn die Narkose mir das Bewusstsein raubt, dann rede und denke ich jetzt nicht wirklich. Ich kann nicht im Ernst annehmen, ich träume jetzt. Wer träumend sagt, ich träume, auch wenn er dabei hörbar redet, hat ebenso wenig Recht, wie wenn er im Traum sagt, es regnet, während es tatsächlich regnet. Auch wenn sein Traum wirklich mit dem Geräusch des Regens zusammenhängt. Auf diese Weise argumentierend gelang es Wittgenstein, eine Antwort auf einen radikalen Skeptizismus zu finden, ohne auf ein absolut sicheres Fundament der Erkenntnis setzen zu müssen. Wir können universelle Skepsis letztlich nicht ausschließen. Aber wir müssen und wir können lernen, damit zu leben. Und das können wir, weil wir am Ende immer, auch bei einem radikalen Zweifel, auf gemeinsame Gewissheiten, auf gemeinsame Denk- und Handlungsweisen vertrauen müssen und vertrauen können. Was Skepsis am Ende also beseitigt oder ruiniert, ist nicht ein absolut sicheres Fundament und absolut fester Boden unter den Füßen. Das gibt es nicht. Sondern Skepsis ruiniert die Perspektive gemeinsamen Handelns. Und diese Perspektive haben wir ja durch die Übernahme von Regeln und im Sprachgebrauch des Argumentierens erlernt. Und das hilft uns wiederum dabei im Alltag, trotz unterschiedlicher Perspektiven und Zweifeln immer wieder Übereinstimmungen zu finden und zu erzielen. Wir vertrauen schlicht und einfach auf grundlegende Gewissheiten, weil sie in unserer gemeinsamen und geteilten Lebensform verankert sind. Ein legitimer Zweifel an dieser Vertrauenswürdigkeit ist nicht mehr zugelassen. Warum? Weil dieses Vertrauen erst festlegt, was für uns überhaupt als Wirklichkeit gilt. Mit dem gemeinsamen Hintergrund im Kopf und in den Sinnen verweben sich Wissen über die Dinge, gerechtfertigte Tatsachen, Methoden, aber auch neue Fakten mit durchaus subjektiven Wahrnehmungen und Alltagsgewissheiten. Es ist dieses gesamte Netz aus Argumenten, Wahrnehmung, Denk- und Handlungsweisen, das für uns bestimmt, was im Leben zählt, was gewiss ist und was nicht. Wittgenstein vergleicht das alles mit einem Flussbett, in dem sich unsere Gedanken bewegen. Im Laufe der Zeit kann dieses Flussbett verschoben werden. Aber es begrenzt unsere Skepsis. Was sich daraus mitnehmen lässt, ist die Bedeutung, die geteilte existenzielle Erfahrungen nicht nur für uns selbst als Individuen haben, sondern auch welche zentrale Rolle sie für ganze Gesellschaften und Lebensformen spielt. Je mehr die gemeinsame Lebensform bedroht ist, durch Krisen zum Beispiel, wie den Krieg oder die Klimakatastrophe, desto stärker werden auch die emotionalen Erschütterungen. Sie machen uns die ganze Fragilität unserer Gewissheiten plötzlich bewusst. Es gibt keinen festen Boden. Was gerade noch vertraut war, kommt dann ins Rutschen und gerät immer mehr ins Rutschen. Krisen wirbeln das stabile Gefüge von Gründen und Überzeugungen und auch Gefühlen völlig durcheinander. Trotzdem würde Wittgenstein daran festhalten, dass wir letztlich alle in einer Wirklichkeit leben und bestimmte Gewissheiten teilen. Es wäre zum Beispiel absurd, ernsthaft anzunehmen, dass ich hier auf der Erde lebe, aber mein Nachbar direkt nebenan in Wahrheit auf dem Mond. Während seines Lebens kam Wittgenstein immer wieder auf das Buch »Die Vielfalt religiöser Erfahrungen« des Psychologen und Philosophen William James zurück. James hatte darauf aufmerksam gemacht, auf welche nachhaltige Weise persönliche Erfahrungen das ganze Leben prägende Bedeutungen und Wirkungen haben können. Umso entscheidender ist es, so Wittgenstein, sich in bestimmten Praktiken zu üben und Erfahrungen zu festigen, auch wenn es keine letzte Festigkeit gibt. Ein bewährtes Verfahren ist es dabei, Überzeugungen oder Lebensregeln in Bilder, Metaphern zu kleiden. Und das ist auch einer der Gründe, warum Wittgenstein Literatur über alles schätzte und ihr so große Bedeutung zumaß. Glaube und Gefühl sind eben nicht, wie Jung gedacht hat, einfach dasselbe. Und es kann auch nicht gelingen, alles in Vernunft oder begründeten Glauben zu überführen, wie Descartes sich das dachte. Begründen lässt sich etwas nur innerhalb eines Bezugssystems und eines ganzen Netzwerkes von Überzeugungen und Regeln. Doch dieses Selbst erlernen wir nicht notwendig durch zwingende Begründungen, durch Argumentieren, sondern schlicht, weil wir trainieren, auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln oder zu reagieren oder zu leben. Und genau das meint ja der Begriff der Kultur, Pflege. Wir pflegen eine bestimmte Umgehensweise mit dem Leben. Und vielleicht spielen deshalb Narrative auch so eine große Rolle, im Guten wie im Schlechten, wie Putins Ukraine-Theorien oder Narrative zeigen. Am Ende ist eine gewisse Begründungslosigkeit unseres epistemischen Systems unausweichlich. Selbst unsere Rationalität gerät irgendwann mit ihren Begründungen an ein Ende. Aber das muss uns, so Wittgenstein, nicht beunruhigen. Was hilft, so Wittgenstein, ist der Versuch, die unterschiedlichen Sprachspiele übersichtlicher darzustellen und zu analysieren. Trotz ihrer Vielfältigkeit können wir auf diese Weise Zusammenhänge und Gemeinsamkeiten einer geteilten Lebensform erkennen. Es sind weniger die Argumente, sondern der geteilte Boden, der verbindet. Je mehr wir uns um Klarheit bemühen, umso klarer kann unser Weltbild, der überkommene Hintergrund, auf dem wir denken und handeln, mit der Zeit werden. Was das gemeinsame und von vielen Menschen geteilte einer Lebensform ist und wie wir Ressourcen aktivieren können, es zu fördern, statt zu zerstören, lässt sich wie im gegenwärtigen Fall unserer Demokratien nicht immer im Vorhinein klären. Das bleibt ein Risiko. Am Ende bleibt unser Weltbild in sich vielfältig und ebenso pluralistisch wie unsere Lebensweisen oder die Meinungen und Haltungen einzelner Menschen. Was all das aber verbindet, ist ein unsicheres Fundament, das wir immer wieder neu verstehen und auf das wir immer wieder neu vertrauen müssen und lernen können, darauf zu vertrauen. Selbst was unsere jeweilige Identität ausmacht, lässt sich nur vor diesem Hintergrund einer gemeinsamen von allen geteilten und verankerten Lebensform festmachen. Diese zu verstehen, ist daher von entscheidender Bedeutung, sagt Wittgenstein. Damit dies gelingen kann, reicht es jedoch nicht aus, sich ausschließlich mit Naturwissenschaften oder Technik zu befassen. Auch moralische Überlegungen zum Beispiel spielen dann eine Rolle, ebenso wie Kunst, Literatur, Kultur oder die Einübung in und das Verstehen von Narrativen, den großen Erzählungen über uns selbst. Worum es in Zukunft gehen muss, ist daher, uns für das, was wir teilen, offen und offener zu halten, statt immer engere Grenzen um uns herum zu ziehen, statt unsere Fähigkeit zur Wahrnehmung durch Technik zu ersetzen und uns zuzudröhnen, ist es von entscheidender Bedeutung, sich mit offenen Augen und aufmerksam immer wieder in diesen gemeinsamen Fluss des Lebens zu begeben. Subjektivität kann nur entstehen vor dem Hintergrund anderer Subjektivität und einer mit anderen geteilten Lebensform. Insofern sind Unsicherheiten nur durch Anerkennung und Förderung des Gemeinsinns zu begegnen. Und das bedeutet eben gerade auch durch Kontakt und die Förderung anderer Menschen, auf die wir zu vertrauen lernen. Die Analyse von Gewissheit, die aus der Antike über Descartes bis zur Aufklärung in die Gegenwart reicht, endet daher mit einem Fazit, das Engeler so formuliert. Dass auch die eigene Identität unsicher bleibt, ist letztlich kein Makel, den es durch einen substanziellen Träger zu beheben gilt, wie noch Descartes meinte. Sondern wir sollten mit JUM auf Respekt und Anerkennung aus sein, um das gemeinsame Geteilte in unserer Lebensform gegen die aufkommenden Bedrohungen und Gefahren zur Wirkung kommen zu lassen. Ich gebe zu, die Krisen machen es nicht gerade leichter und die sehr realen Bedrohungen machen Angst. Aber letztlich heißt das Gegenmittel immer Vertrauen. Und das kann man eben nicht wie logische Sätze beweisen. Und Tschüss.